grüß euch ich habe jetzt das versprochene review von unseren einhell strom generator für euch und ich hab mir doch die nutzt das wunderbare weder es regnet es scheint die sun und da hinten wird schon finster ja also april weder im september das ist ja wunderschön wurscht jetzt geht es mal um den generator also ja und am schluss vom video habe ich noch ein kurzes ungeplantes outtake für euch ich sag es euch nicht mein tag heute aber wurscht ihr seht es dann ja eh fangen wir an wir haben da wie gesagt einen strom generator benzin betrieben von einhell mit einem vier taktmotor 95 decibel lautstärke das ist gar nicht so wenig es gibt aber auch noch deutlich lauter die dauerleistung ist bei 1800 watt wir haben da zweimal 230 watt anschluss ganz normal steckdosen wie man es e kennt ups nichts besonderes und da haben wir moment zum klick kriegen sie ja nicht unsere usb anschlüsse zweimal 2,1 ampere und da haben wir dann noch die anzeigen fürs öl sprich wenn das öl gar wird und natürlich überlast anzeige und die standard anzeige wenn er rennt dann also 1800 watt dauerleistung 2000 watt maximalleistung die bringt er auch muss ich sagen also das haben wir schon getestet er hat eben einen überlastschutz sprich falls er überlastet wird der generator ist er nicht hin ganz wichtig und öl mangelsicherung öl mangelsicherung heißt nichts anderes als das was er sagt nämlich wenn das öl zweng wird schaltet er sich an er wird nicht hin das hat uns schon einmal einen generator kostet von daher sind wir über das wirklich dankbar interessantes vielleicht ist noch das gewicht wir sind bei circa 22 kg das ist gar nicht so wenig aber lasst sie alleine noch handeln nicht schrecken ich habe die abdeckung schon mal ein bisserl gelockert die ist noch mit einem schrauben gesichert um euch das innenleben zeigen zu können und das gleiche gilt auch für die abdeckung damit ihr auch wirklich was seht jetzt davon hinten haben wir noch einen auspuff so schauen wir uns ganz einmal technisch an bevor ich ein bisserl was aus der praxis dazu sage da haben wir einen zugang zur zündkerzen stinknormal wie man es kennt da einfach stecker anziehen man kann die zündkerzen gut wechseln funktioniert tatenlos und da hier oben die nächste abdeckung da haben wir den kraftstoff filter und natürlich was auch wichtig ist öleinfüll öffnung und ganz wichtiger luft filter so das mit einer hand da haben wir jetzt den luft filter eigentlich ganz standardmäßig ein schwamm einfach ein stück schaumstoff so das sind einmal so die wichtigsten teile da haben wir jetzt noch unseren on off schalter und den seilzug jetzt baue ich kurz das ganze wieder zusammen und dann geht es einmal zur praxis wir haben da einen generator mit inverter technologie das heißt ihr habt keine strom spitzen und kind damit empfindliche geräte sowie computer und so weiter problemlos betreiben ja problemlos habe ich gerade problemlos gesagt ich sage es einmal so wir mögen den generator wirklich wir nutzen gern er hat nur ein kleines aber wenn der generator rennt ist er für unsere ansprüche nicht so laut er funktioniert tadellos er ist noch nie in betrieb ausgegangen er hat noch nie gespuckt und irgendwelche probleme gemacht wir haben verschiedenste geräte computer tablet tablet pumpen also wirklich alles was man irgendwie brauchen haben wir mit einem schon betrieben es gibt ein problem das ding zu starten ist absolut unlustig es gibt da einige rezensionen wo das ganz klar hervorgehoben wird super gerät aber ich sage ich jetzt einfach einmal was das problem ist man geht her und macht oben bei der einfall öffnung von benzin den schalter auf an nachdem der generator ja jetzt nicht gelaufen ist ist er kalt also joke und jetzt heißt es rein theoretisch nur mehr im seilzug ziehen das kennt vom rosenmäher das kennt von anderen generatoren normalerweise rechnet man mit so drei bis fünf mal anziehen und dann rennt der spaß normalerweise bei dem generator müsst einfach ein bisschen an schmäh benutzen dann lässt er sich leichter starten wobei leicht a relativ ist ihr müsst einfach hergehen und oben wie beschrieben unten an unten an und dann macht es einfach einmal fünf minuten pause klingt blöd ist aber so ihr lasst einfach das ding dann fünf minuten stehen und das geht auch nix in schock rein wenn er einmal gränt ist sage ja dazu dann lasst er sich auch butterwach wieder neu starten nur der erste start und ja wir können damit umgehen und ja wir haben das richtige öl drinnen und ja der einhellkundenservice hat uns auch gefragt ob wir das richtige öl benutzt haben es ist alles korrekt auch andere haben das problem also nur einmal wir wissen was wir tun trotzdem ist es nicht einfach zum starten gut also wir warten jetzt fünf minuten und dann probieren wir es damit ich das jetzt zeigen kann habe ich der karin mein handy gegeben also wir haben fünf minuten gewartet und jetzt sollte das ding eigentlich mehr oder weniger problemlos anspringen wie ihr merkt merkt ihr das nicht geht so das ist das übliche das ist bei dem leider immer wieder so es gibt jetzt ein paar möglichkeiten wie man das ding trotzdem zum starten bewegt entweder man zieht sehr schnell hintereinander das ist auf dauer weder für das sei nur für motor selber besonders gut variante b ist man wechselt zwischendurch kurs auf run start wieder zwei dreimal wechselt wieder zurück auf choke wechselt wieder zwei dreimal an wechselt dann wieder hin und her nach 9 bis 12 versuche im normalfall starten nur das kann meiner meinung nach nicht der sinn der übung sein das ist im normalen arbeitsalltag schon echt nervig bei einem stromausfall und für die krisenvorsorge ist eine katastrophe was man auch machen kann man macht so wie ich zieht es ein paar mal an man hört ja nicht einmal dass man probiert zum starten da ist ja gar nichts quasi dahinter aber man geht einfach her und wart dann wieder ein bissel ein zwei minuten wenn man es dann wieder probiert wir lassen ihn auf choke dann funktioniert das irgendwann dass er einfach so anspringt warum haben wir bis jetzt noch nicht rausgefunden aber es funktioniert so wie man es ist noch nicht rausgefunden das ist ein guter Test das Ding ist ziemlich lang so wie man es macht aber nicht rausgefunden das ist das Ding, das ist nicht so was man sagt kurz im Zock rein der Motor ist nach den paar Sekunden noch nicht warm Ist der Motor ca. 2-3 Minuten gerannt, ist er auf Betriebstemperatur, ausgenommen, der Generator ist wirklich ganz kalt gestanden, dann kann man mit der Einstellung Run, problemlos mit 1-2 mal Anziehen wieder starten. Ein riesen Problem ist, wenn man wirklich bei 10-15 Grad Minus irgendwo gelagert gehabt hat, im Auto, im Außenbereich, ihr werdet das Ding extrem schwer starten können. Wir haben bei minus 10 Grad, da ist er im Anhänger drinnen gestanden, im Verkaufsaunhänger bei uns, zum Teil 15 Minuten gewerkt, bis er warm genug war, dass er richtig normal gestartet ist. Das heißt, immer wieder hin und her scheißen, immer wieder schauen, dass wir Anziehen kurz warten. Wir haben alles gemacht, was irgendwie möglich war, 15 Minuten und irgendwann springt er auf einmal an, wie wenn nichts gewesen war. War er das jetzt ein Einzelfall, würde ich sagen, Zug zu Einhell, danke, pführt euch. Das Problem ist, der Generator hat es wirklich als Standardproblem und es gibt, das will euch auch nicht verschweigen, sehr häufig das Problem, dass er undicht ist und Benzin ausrinnt. Wir haben das noch nie gehabt. Ich kenne jemand, der so ein Problem hat. Ich kenne auch keine anderen Generatoren, die das Problem haben, interessanterweise. Aber im Internet lässt man das sehr häufig, dass plötzlich bei einem Schlauch der Benzin ausrinnt. Irgendwo im hinteren Bereich unten steht dann innen der Benzin. Das ist wortwörtlich brandgefährlich. Das darf überhaupt nicht passieren. Ob es da eine Änderung gegeben hat, ob es da vielleicht noch verbessert haben bei Einhell, kann ich leider nicht sagen. Fakt ist, unser Generator ist 2021 hergestellt worden, im April, wenn ich es richtig läse, und unserer hat es nicht. Also eventuell hat es einmal eine Serie gegeben, eventuell war da irgendein Problem. Ich kann euch sagen, wir haben wirklich bis auf das schwierige Starten mit dem Generator überhaupt kein Problem. Was ihr aber wissen müsst bei Generatoren ist generell, wenn ihr Inverttechnologie habt, dass der Generator mit Geräten, die sehr schnell sehr viel Strom ziehen, absolut nicht klar kommt. Das heißt, eine Bohrmaschine zum Beispiel, die sich gleich voll anrennen lässt. Ein Mikrowellenherd. Bei uns war es zum Beispiel ein Hochdruckreiniger. Der Schalter sofort auf Überlast. Danke, Pfiati mag nicht mehr. Was ihr machen könnt bei Geräten, die das zulassen, wie bei der Bohrmaschine, fangen es mit einer kleineren Drehzahl an. Geht es nicht gleich voll auf volle Leistung. Bei einem Hochdruckreiniger geht es leider nicht. Der Motor soll jetzt sein und fertig. Da haben wir auch keine Chance, da haben wir auch keine Lösung gefunden dafür. Aber bei anderen Geräten, wo man die Drehzahl oder die Leistung regulieren kann, können wir den Generator trotzdem problemlos benutzen. Die Frage ist jetzt noch, geben wir euch eine Kaufempfehlung? Jein. Ganz ehrlich, jein. Wir haben uns für den Generator entschieden, weil er klar ist, weil er sich gut handeln lässt, weil er sich gut transportieren lässt und weil er insgesamt für uns funktioniert. Wir brauchen zwei Steckdosen und wir brauchen zwei USB-Anschlüsse. Genau das hat er. Mehr wollen wir nicht, mehr brauchen wir nicht. Darf ich mich wieder für das Gerät entscheiden? Eher nicht. Einfach nur wegen dem Starten. Das Starten ist nervig. Wenn wir einen Stromausfall haben, und das ist bei uns leider häufig der Fall, dann will ich sofort eine Notlösung haben. Ich will nicht eine Viertelstunde da herunten stehen und versuchen, dass ich das Ding irgendwie verzweifelt zum Rennen kriege. Im Sommer, wie gesagt, geht es noch. Sobald es aber kalt wird, ist es problematisch. Es gibt die Möglichkeit, ihr könnt Serge und ein spezielles Öl einfüllen. Ihr habt eine Liste dabei, welche Spezifikationen erlaubt sind. Es gibt Öl speziell für Kalttemperaturen. Nur ist einmal ganz ehrlich gesagt. Wen von uns zahlt das bitte, dass ihr jedes Mal das Öl wechselt, damit der Generator vernünftig anspringt. Darum bedingte Kaufempfehlung. Wer mit den Einschränkungen klar kommt, der kann es bedenkenlos kaufen. Qualitätsmäßig passt er. Die Leistung passt. Ich finde der Preis, der liegt so bei 600 bis 630 Euro. Zum Teil kriegt man schon günstiger. Ist auch okay. Das mit dem Starten. Ob wir das noch irgendwie hinkriegen, weiß ich nicht. Falls wir nur eine Lösung finden, werden wir euch das natürlich sagen. Ansonsten sage ich jetzt Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf zum Lachen. Jetzt sofort. Und du auch da hinten. Gut. Eigentlich wollte ich ja gerade ein Video aufnehmen zu dem Stromgenerator. oder? Und habt dann gesehen, dass bei uns... Hört's auf zum Lachen. Sofort. Ja. Entschuldigung. Also bei unserem Pavillon war gerade, das ist ein bisschen so komisch verzogen. Und ich wollte es richten. Und da seht ihr die Reste von dem, was mich gerade erwischt hat. Und zwar schaut das so aus. Und zwar schaut das so aus. Und zwar schaut das so aus. Abblutes Mitleid. So schaut Mitleid aus. Und so schaut auch Mitleid aus. Ich habe gerade das eiskalte Wasser so richtig schön ins Gesicht gekriegt. Das Schlimme ist, für einen Wet T-Shirt Contest habe ich auch nicht die richtige Masse. Und jetzt fängt dann aus dem Regen an. Das heißt das Review. Zu unserem Stromerzeuger von Einhell dauert wahrscheinlich noch einen Tag länger. Also. Ehe super. Ehe. 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 Vielen Dank.